Die Panke und Partner Ingenieurgesellschaft MBH steht seit mehr als 40 Jahren für kompetente Beratung und anspruchsvolle Planung in der technischen Gebäudeausrüstung. CAD-basiert entwickeln die Spezialisten des Ingenieurbüros Lösungen individuell nach Kundenwunsch. Dabei bietet Panke und Partner das gesamte Leistungsspektrum in Planung und Überwachung von Haustechnik an. Dazu gehören Klima- und Kältetechnik, Lüftung, Heizungsanlagen, Sanitäranlagen, Stark- und Schwachstromtechnik, Nachrichten- und Gebäudeleittechnik sowie alternative Energiesysteme. Die Ingenieure, technischen Zeichner und Spezialisten von Panke und Partner leisten Beratungen und Planungen bei bestehenden Gebäuden sowie Neubauten und erarbeiten individuelle praktikable Optimierungen. Planungen, Entwürfe, Prüf- und Messleistungen, Bauüberwachungen und Abnahmen von Objekten runden das Leistungsangebot ab. Mit unserem persönlichen Einsatz, unseren langjährigen Erfahrungen sind wir in der Lage, Gebäude jeder Größenordnung in Deutschland und im nahegelegenen Ausland abzuwickeln. Kunden im In- und Ausland aus Gewerbe und Industrie, Kommunen und Gemeinden, Kliniken und Laboren vertrauen auf Panke und Partner. Durch die Kombination moderner, innovativer Lösungskonzepte und langjähriger Erfahrung ist das Büro jederzeit in der Lage, auch größte Anforderungen komplexer Projekte zu bewältigen. Panke und Partner – zuverlässig und innovativ.